Deutsche Memes XUNA Bitte ändern mal das Intro, Digga, wirklich. Man muss natürlich... Hä, die Zahlen? Ja, was waren das denn für Zahlen an der Wand? Hä, Jackson, was ist das? Heilige Drei Könige? Die Wichser malen an deiner Wand? Ich wollte fragen, ob ich ihre Nummer kriege, weil als Mensch hat es irgendwie nicht geklappt von Frauen Nummern zu kriegen. Einzelnen Chat, wenn ich das auch machen soll. Ich bin schon abgehärtet, was... Wie heißt das? Feuerspray? Nein! Das, wo Polizei macht, wenn Demonstrationen ist, dieses Spray, Feuerspray, was in den Augen brennt. Salzspray? Pfefferspray? Pfefferspray, ganz genau. Da bin ich dagegen abgehärtet, ja. Deswegen probier's jetzt als Baum. Ist das okay? Juhu, zwei Optionen! Komm mal! Leck mich ab! Aus! An! Gibt's doch ja nicht! Komm raus da! Wer jetzt? Sascha? Ja! Ja! Nimm doch mal deinen Zigaretten, ich hab schon nach einer halben Stunde... Sorry! Sascha raucht! Ja! Mensch! Habt ihr einen Spitznamen? Nein! Mein Name ist E-Kurz! 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 Achso, Jonas, sagt er E-Kurz! 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 Wie sieht Ihre finanzielle Lage aus? U-U-U-U-U-U-U! Unser ganzes Vermögen steckt zurzeit im Eisenbahnnetz? Ja! Im Südbahnhof, im Westbahnhof, im Nordbahnhof... Wir kämpfen noch um den Hauptbahnhof! Mir gehören die Goethe und die Lessingstraße! Und ich hab vier Häuser in der Turmstraße! Aber die reiß ich bald ab und baue ein Hotel! Ich hab... Sauders geile Boomer-Meme, Digga! Wirklich sehr lustig. Ähm, das ist sehr funny. Das ist lustig, weil es geht um Monopoly. Das ist sehr, 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 sehr lustig. Das ist sau funny. Zählen Sie gerade Sachen von Monopoly auf? Ich weiß was. Ich fahre einmal um den Block und komme mit 200 Scheinchen zurück. Das war sehr lustig. Niemand trinkt, Lifehack. Nicht nur, dass man hätte einfach das Glas benutzen können, man kann auch einfach aus der Dose trinken, oder? Ich habe aber auch heute, Marc hat mir ein Geschenk mitgebracht, und zwar den Koran. Ich habe noch nicht angefangen zu lesen, ist klar, aber ich habe ihn hier in mir hingestellt als kleinen Beistand. Und Bruder, der erste Preis direkt rein. Lägerig jetzt, ich fühle diese Kraft, die ich gerade extra bekomme. Das wäre fun. Ja, doch, das finde ich cool. Das finde ich nice. Wir können diese Transaktion derzeit nicht bearbeiten. Wähle eine andere Zahlungsmethode aus, oder versuche es später erneut. Kauf. Fehlgeschlagen. Oh, nee. Nee, ey. Digga, immer wenn man Essen von so einem Essenslieferanten bekommt, dann läuft immer irgendwas aus von dem Essenslieferanten-Essen. Das ist so schrecklich, Mann. Scheiß drauf, ey, ey. Es passiert jedes Mal, es passiert jedes Mal. Es gibt auch Männer, die achten aufs Innere und nicht aufs Äußere. Da stimme ich aber auch zu. Ich finde Charakter wirklich wichtiger als das Aussehen. Das meine ich wirklich ernst. Wenn ich lüge, dann soll ich jetzt anfangen zu lachen. War mit Nemo, ne? Beim letzten Mal wurde ich gut durchgereicht. Ja, genau. Heute bin ich zufrieden. Heute ist gut gelaufen. Von daher, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Kein Problem. Digga, da strikt der Alzheimer so anders rein. Da strikt doch der Alzheimer so anders rein, oder, Chad? Das ist doch nicht mehr gesund. Das ist doch nicht mehr gesund. Dass der einfach auf... Digga, Monte antwortet sich selber auf Fragen, stimmt sich selber zu, auf Clips von sich selber. Marc spricht mit seiner Community Monte, fühlt sich angesprochen. Also, Bro, ey, das ist doch Früherkennung. Da muss doch irgendein Signal, da muss doch irgendwer... Dem muss man doch helfen, ey. Und alle seine Videos sind... Schiggy fragt. Kannst du squirten? Das ist doch richtig schön, es tut. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin und ich bin's Calvin. Und heute pranken wir euch wieder. Teuer. Was war sie denn? 47.000 Euro? Was? Ja, das war sehr viel Geld. Und das für eine Uhr. Und das für eine Uhr. Sieht ganz schön aus, die würde ich gerne mal ummachen. Dann mach die doch gerne um und ich tausch gegen deine. Dankeschön. Dankeschön. Oh, das ist eine sehr schöne Uhr. Ich nimm dir alles weg. Ich nimm's zu deinem Haus. Klippum mit 10 Euro, Monte. Ich wollte mich bei dir bedanken. Du gibst vielen Leuten Ratschläge fürs Leben. Ich konnte jetzt auch einen deiner Ratschläge in die Tat umsetzen. Mehrere P... ... ... ... ... Monte, Ratschläge fürs Leben. Ich weiß ja nicht. Mehrere P... ... Nennt mir doch mal zwei Marken, die Waschmaschinen herstellen. Herr Siel? Kann man das Fenster noch kleiner machen vielleicht? Und weißer Riese. Deswegen ist mein Gehirn so gut, weil es so schnell arbeitet, dicker. Es ist so schnell. Pushen, pushen. Machen wir, machen wir. Mit 41 bekommt er die Diagnose. Asperger-Syndrom. Wie alt ist Monte jetzt wirklich? Ich weiß es gar nicht. Aber ich mach mir wirklich Sorgen um seinen psychischen Verfall. Die Crew-Cutter, wie alt ist Monte? 32 oder 22, ne? Der arme Bro. Monte, Marcel, bitte. Darf ich mir ein Bonbon nehmen? Okay. Kann ich mal ausprobieren, Legoshi. Aber jetzt gerade... Oh, jetzt... Oh, oh, oh. Soller. Vegane Pornos. Danke schön, Bro. Wir sind Lit Boys. Oh.